Hallo Mitspieler, in diesem kurzen Infovideo geht es um die Sommerpause, die ich im August machen werde. Bis zum September wird es hier auf dem Kanal keine neuen Videos geben, weil ich in die Ferien gehe. Ich werde wieder viel trainieren, schwimmen, mich natürlich auch erholen und bin dann so in ca. 4 Wochen mit hoffentlich frischer Energie zurück und ich hoffe, dass ihr auch einen erholsamen Sommer verbringt. Falls ihr noch in die Ferien geht, wünsche ich euch dabei viel Spaß. Wir sehen uns wieder, wenn es hier auf dem Kanal weitergeht. Bis dahin, macht's gut, bye bye. Bis zum nächsten Mal.